moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen wall breach spot zeigen auf der karte firebase z bei cold war zombies als allererstes müsst ihr strom einschalten danach müsst ihr zum wundervis automaten und euch das dr rutscher perk und das muss mindestens auf stufe 3 sein danach geht in dem mission kontrol raum da wo dr peck ist nimmt anlauf und leitet hier gegen diese tür leute und kurz vor der tür drückt ihr auf pause ihr macht pause weg und läuft dann hier die treppen hoch hier stellt euch an dieses geländer läuft dagegen leute springt und drückt gleichzeitig danach ganz schnell auf pause und wenn ihr dann pause wieder weg macht dann leidet ihr hier in diesen raum rein hier werden sich nun alle zombies vor ich versammeln und ihr könnt die töten aber ihr braucht eine schusswaffe weil mit der nachkampfwaffe trefft ihr die zombies nicht ich würde euch auch empfehlen dass es jetzt dritt perk mitzunehmen weil dann droppen die zombies euch auch munition und ihr werdet ihr auch gar keine probleme haben dass eure munition ergeht ansonsten war es das auch mit dem video ihr wisst bescheid leute falls euch das video gefallen und wisst ihr was zu tun ist und ich verabschiede mich an dieser stelle und bis zum nächsten mal ciao